Hallo und herzlich willkommen hier bei BlackDestiny. Ja, wir sind wieder in Deponia. Wir haben leider eine Zeit lang nicht geschafft, Deponia aufzunehmen, weil ich eine fette Mandeentzündung hatte. Okay, jetzt hört ihr gerade den Fuzzi nicht reden. Ich muss es gleich nochmal einstellen. Okay, wir hören sie wirklich nicht reden. Wir müssen also nochmal kurz was an den Einstellungen ändern. Weiterspielen. Schauen wir mal, ob wir sie jetzt hören. Eindringlinge unbefugten Zutritt zum Kreuzer verschafft haben. Eindringlinge? Unfassbar. Oh, keine Sorge. Die werden wir schon kriegen, wenn wir dafür jede Kabine einzeln durchsuchen müssen. Äh, sagen sie durchsuchen. Sie eben, sie suchen nach Eindringlingen? Das ist doch lächerlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Im schlimmsten Fall handelt es sich um deponianische Rebellen. Richtig, aber harmlos. Also keine Sorge, Herr Inspektor. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Und solange sie in ihrer Kabine bleiben, sind sie in Sicherheit. Okay. Und sie etwa an unsere Kabine durchsuchen? Wieso? Haben sie irgendwas zu verbergen? Was denn ich? Nein. Ach, das werden wir gleich haben. Aha, das habe ich mir doch gedacht. Aber steckt sich jemand im Schrank? Hm? Doch nicht. Wie sollte der auch hier reingekommen sein? Aber was ist das? Da ist doch jemand durch den Klimaschacht ausgerissen. Hallo? Ist da wer? Ali, hallo, hallo, leh! So. Der guckt aber schön den Außen. Machen wir mal. Ich habe es ja nicht gemacht. Natürlich nicht. Sonst hättest du ja sicherlich etwas Lässiges gesagt. Schlafgut oder süße Träume. Irgendwas in der Richtung. No. Ach, Scheinwohnig. Sie hat recht. So, wir sind ordentlich. Okay. Ähm. Ähm. Äh, okay. Hier geht es nicht lang. Wir gucken einfach mal, ob wir... Also, die Ecke habe ich doch schon mal gesehen. Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Hm. Okay, ich laufe anhandwürdig durch den Kreis. Das ist natürlich... Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Durch die Tür. Wo komme ich denn jetzt wieder zurück? Ich komme mal an, wie komme ich denn jetzt zurück? Gehen wir mal wieder in die Kabine. Oh. Gut. Der saugt da immer noch. Schauen wir mal. Hey, er ist ja nicht fertig. Warum liegen da eigentlich Fußmatten? Ich laufe im Kreis. Eine Installation von Rüffel Rüffel, dem großen Kritiker der Berne-Leistungsgesellschaft. Ah ja. Okay. Ich brauche schon noch einen Kaffee. Finden wir mal ein. Okay, schnell zurück. Okay, wir müssen hier rüber. Dann da lang. Nein! Das war natürlich jetzt ein Satz mit X. Danke, ich hab noch. So, ich hab noch mal hier rein. Ich geb mir hier noch mal Kaffee hin. Ich geb mir hier noch mal Kaffee hin. Ob das so eine gute Idee ist, Rufus. Warum muss der Kaffee da auch im Becher mal alle sein? Echt jetzt. So. Jetzt war es Schnee dann. Okay. Aber das war die Kaffeespur. Hä? Hä? Komisch. Aber da ist doch die Kaffeespur. Aber die endet hier. Hm. Komisch. Hey, da ist doch noch Kaffee. Komisch. Gut. Okay. Alter, wenn ich lieber mal was nachfüllen. Hier liegt da noch Kaffee. Da muss ich das total anradt abhaben, der arme Staubsauger. Gut, was du machst nochmal? Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Ja. Ja. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Hier sind doch die Spuren. Keine Frage. Ich laufe im Kreis. Ich muss mir wohl was anderes einfallen lassen. Ich versuche mal was anderes. Mal versuchen wir es mal andersrum. Mal gucken. So. Oh, der arme Bord. Okay, wir scheinen der Spur nur folgen zu können. Ja. 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 Hier bist du. Was treibst du denn bloß? Ich für, ähm, seit sie. Du wolltest das Überwachungsvideo aus unserer Kabine löschen, das dich ohne Kostüm zeigt, richtig? Äh, 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 nein. Du brauchst mir solche Sachen nicht zu verheimlichen. Egal was du ausgefressen hast, wir sind jetzt ein Team. Echt jetzt? Darfst du also auch wissen, dass ich meine Fußnägel über deinen Müsli geschnitten habe? Okay, darüber sprechen wir noch. Boah. Ich kann die Kameras ablenken. Offenbar können sie sich nur im 45 Grad Winkel bewegen. Wenn du an der Wand entlangläufst, folgen sie dir. Ein Klacks für mich. Ich muss zuerst zu dem Terminal da links. Sag Bescheid, wenn du den Weg freigemacht hast. Okidoki. Warum nicht? Ja, gut. Okay, jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Ein bisschen kniffliger. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.